Gerade aus der Nacktschuh raus geht Kathy Lugner gleich weiter zum Schönheitschirurgen. Noch vor kurzem heißt es, dass die 28-Jährige in Zukunft Schönheitseingriffe lassen wolle. Nach der Nasen-OP, die ihrer Tochter Leonie schwer zusetzt, sollte Schluss sein. Jedoch verrät ihr aktuelles Instagram-Posting etwas anderes. Auf dem Schnappschuss lächelt Kathy Lugner beim Onkel Doktor fröhlich in die Kamera. Dazu schreibt sie im Kommentar. Heute bei Diästhetik zum Auffrischen meiner Konturen. Tut überhaupt nicht weh und bin mit dem Endergebnis super zufrieden. Diästhetik ist auf Unterspritzungen spezialisiert, Aufbau der Gesichtskonturen, Lippen etc. Und schult andere Ärzte mittlerweile weltweit mit seiner Unterspritzungstechnik. Er ist einfach super. Die Fans sehen das Ganze mit gemischten Gefühlen. Während es manche toll finden, schreibt ein anderer Das brauchst du doch nicht, du bist doch auch ohne dieses Zeug wunderschön. Für Aufsehen sorgt Kathy Lugner damit auf jeden Fall.